hallo und willkommen meine freunde zu einer weiteren folge the division 2 wir sind in der open world sind auf dem weg zur nächsten nachschub beziehungsweise nebenmission haben den funkspruch erhalten dass hier ein oder das ist die aug die wollten wir ja mal testen dass hier ein nachschub in der nähe ist wir schauen mal die die aber gerade nicht dann scheint die schon erledigt worden zu sein konzentrieren wir uns jetzt hier die beiden wichte weg na das sind unsere ob die aug hier die wollten wir ja mal testen mich von hier rein ja mich nicht der haupteingang der bibliothek befindet sich östlich von ihnen ok da standen was hier man tau mal rein da ein guck meine drohne ist jetzt auf mein level 3 ne so setten wir auf How much? Oh. Dann hätten wir den auch rausgeschaltet. Sehr gut. So, habe ich jetzt Zeit hier eben zu schauen. Um vernünftigen Loots zu finden. Hier auf ganz entspannt so. So, Freunde, ist es möglich. Also die AUG gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ich habe gedacht, jetzt ist sich was bewegt. Aber durch den ganzen, seht ihr, meine Drohne ist jetzt Level 3. Durch die ganzen Plus-1-Fertigkeiten haben wir jetzt die Drohne angehoben. Da ist noch eine... Die alle Geiseln sind tot. Verdammt. Die alle Geiseln sind tot. Eine nach dem Anleiten. Ach, verdammt. Ich denke, es geht um. Ich denke, es geht um. Ich denke, es geht um. Der Sniper, der ist scheiße. Der sollte weg. Gleich abstehen. Aber meine Munition geht doch so langsam jetzt den Berg runter. Oh, gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kann ich mal ein bisschen vorrücken hier, oder? Da ist wieder einer Oh, guck mal, wie wir dem die Rüstung wegballern Sehr gut Es werden Aktivitäten auf dem Dach gemeldet. Versuchen Sie hinauf zu kommen Peter, ich will erstmal jetzt hier die Sachen einsammeln Ja, wobei wir haben mit der Auge genug Also die Auge gefällt mir auch ziemlich, ziemlich gut Wenn es die jetzt noch ein bisschen krasser geben würde Das würde schon wirklich Mal haben wir direkt wieder Ein wenig Munition bekommen Wo müssen wir denn hier lang? Das Dach Da sind sie Aber hier komme ich nicht raus Aber hier komme ich raus Die Frage ist, wie gut ist die Position hier? Geh mal ein bisschen Verwirrung stiften Jetzt soll ich aufpassen Eben warten, bis die Drohne zurück ist Dann kann die Drohne den Rest machen Ja, brennt euch mal selber weg Ich könnte vorrücken, aber wozu? Kommen so oder so zu mir Da kommt Fichter, da habe ich ihn schon Lohnt es sich mal ein bisschen vorzurücken Okay, das ist jetzt nicht so cool Nicht so toll Komm, brech den Verdammt, verdammt, verdammt Was er jetzt hier zu mir hinkommt Der kleine Pisser Dann breche ich so deine Rüstung suchen sie nach versteckten überlebenden erstmal nachladen wieder alles nachladen soll es hat der dicke nichts fallen lassen also aber schade ein glück wir warten bis es sicher ist und gehen dann zum theater es ist sie schon bitte wischen ist doch da wo soll ich denn jetzt hin da muss ich jetzt hoch oder runter soll ich denn jetzt hin das ist ein schlüssel den würde ich gerne haben aber wo ist der soll hier roof deck hier geht es runter und hier geht es auch runter ich bin doch hier dann gehe ich jetzt hier mal runter da soll ich schon angucken war jetzt ein bisschen verwirrend gerade oben ist ein scheiß sniper und da kommt der dicke das ist jetzt natürlich doof muss hier hoch war jetzt nicht ganz so ideal aber gut 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 Genau, mach den schön down. Und dann mach den schön down. Und ich helfe dir von hier. Sehr gut. Oh, und wieder ein Stufenanstieg. Geht da jetzt super schnell, oder? Tatsächlich ist die AKM nicht so meins, ne? Also von der AUG bin ich überzeugt, ganz klar. Wenn es die noch in Krasser geben würde, ne? Mal gucken. Hier haben wir wieder Munition. Hier haben wir wieder was. Hier können wir schön in Ruhe jetzt looten alles. Sind wir ja schon drin gewesen. Komme ich nicht höher. Da geht's runter. Beziehungsweise raus, ne? Unten liegt noch was. Hier haben wir leider nichts. Leider, leider. Aber die Kämpfe, die fühlen sich richtig, richtig gut an. Da bin ich so froh drum. Am Anfang war das ein Graus. Jetzt geht's wirklich. Wieder raus. Immer wieder meine AUG. So, und dann sind wir wieder auf den Straßen unterwegs, würde ich sagen, ne? Gucken wir mal. Wo wir hin können. Hier ist noch ein Behälter. Den würde ich mir gerne snacken. Auf den Dächern eines Wohnkomplexes befinden sich Gärten. Neben Einsatz. Das Wasser könnte darin Lebensmittel anbauen. Vertreiben Sie die Hyenas von dort und sichern Sie die Gegend. Mache ich. Machen wir. Ich habe schon wieder geballert. Wie komme ich da rein? Ja, komme ich nicht rüber. Warum? Ich komme hier nicht rüber. Ja? Ich komme nicht rüber. Sehr schön. Hier, glaube ich, war auch noch Loot, ne? Ja, habe ich da eben gesehen aus dem Augenwinkel. Und da hätten wir auch noch Loot. Wie komme ich da rein? Wie kommen wir da rein? Jetzt die Frage. Was ist denn durch ne Tür? Nochmal als normal. Ausgerüstet, 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 ist eigentlich gleichwertig. Dann werden wir den. Und dann zurück zur ursprünglichen Mission. Vielleicht schon wieder dunkel. Ja, 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 aber so ist das. Agent, hier ist jemand für Sie, den Sie kennen. Er will direkt durchgestellt werden. Hier spricht Vikram Malik. Agent, ich entschuldige mich für meine Schroffheit das letzte Mal. Und möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie mich vor den Hyänern gerettet haben. Ich weiß, dass das Theater Batterien braucht. Und ich weiß, wo welche sind. Treffen Sie mich im Odia-Store. Dann zeige ich es Ihnen. Malik Ende. Wir haben im Büro keine Batterien gefunden, Agent. Aber das Theater braucht welche. Es könnte ein Versuch sein. Er ist tot, oder? Er ist tot. Mal, schon wieder habe ich euch geholfen, ne? So, dem Malik, da kümmere ich mich später drum. Ich würde jetzt tatsächlich erst mal eine Mission machen. Wo ist meine Nebenmission? Da geht es irgendwie rein. Okay, vertreiben Sie die Hyänas und sichern Sie die Dachgärten. Okay. Okay, dann ohne viel Spaß. Oben der Sniper, der muss weg. Der hittet mich nämlich ganz schön stark an. Oh nein, 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 gehst du weg. Oh, ich sollte Dreck suchen. Der Sniper da oben, ne? Der nervt also ganz gewaltig. Oh, nein, 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 nein. Komm drühe, geh dem mal da oben nerven. Den haben wir weg. Sehr gut, den haben wir auch weg. So. Oh. Mach ich, Sir. Mach ich. Ne, die nutzen das, um ihre komische Steroide da aufzubauen. Aber da kommen die kleinen Berge. Ich wusste es auch. So, wo ist er denn? Muss da rein, ne? Wahrscheinlich. Der eine Typ, ist ja da runtergesprungen. Der Trottel ist da runtergesprungen. Ist da gerade ein Unfall passiert, oder? Okay, wo sind die? Ich hab so das Gefühl, dass die gleich neben uns stehen. Patty? Patty, wo bist du? Ja, hier ist keiner. Na, wo sind die denn? Okay, also hier ist mein Weg abgesperrt. Meinen runter. Patty, wo bist du? Und der sagt mir, hier lang hoch, ne? Oh, hier geht's nicht weit. Okay, soll hier wahrscheinlich raus, oder? Lang genug. Tag im Flug. Da bist du ja, Hassloch. Der Abkauf ist dein Kronen. Ich bin euer Frau, bluten! Du, Alter, was nicht so gut ist! Ich ein Mann nachts. Das Toll ist... Was ist das? So, das war doch leichter als gedacht, ne? Ein bisschen heilen muss man sich ja auch schon, sonst wird es einfach zu leicht. Nehme einfach die Maske hier so mit. Was hier sonst noch so rumliegt. Holster. Was mir aufgefallen ist, selber in meiner Spielweise, ich muss mehr auf so Dinge achten, die man kaputt schießen kann. Ich glaube, das ist der Way to go. Hier bei der Munition. Hier hoch. Da verstecken sich die meisten Hyenas. Dringen Sie durch diese Seite des Komplexes vor und sichern Sie ihn. So, den haben wir, den kleinen Schnösel. Hier plündern. Und Sniper und Sniper. Oh! der tat im arsch meine freunde ja du auch was ist denn jetzt hier wo sind die denn alle und wie komme ich da drüben hin ich glaube ich muss hier das gebäude oder guck mal in welchem zustand die hyenas hier arbeiten und wohnen im ostteil des komplexes ist noch bewegung zu erkennen gehen sie dahin und bringen sie die sache zu ende guck mal da wieder rein immer kaputt hier ich brauch später noch habe ich meine drohne wieder sie hat also die aug die ist nicht schlecht aber die hat jetzt nicht wirklich so eine durchschlagskraft ne ja 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 das trifft mich du hast dich überschätzt ja dankeschön diese gärten sollten das theater konstant mit nahrung und wasser versorgen und er wird sich bestimmt freuen ja 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 hier wie gesagt hat es gehört uns und dann laufen hier noch ein paar leute rum So, Odessa Ich hab mal wieder hier aufgeräumt Wie immer, oh, da ist eine Kiste Ich hab leider keinen Schlüssel Doch, ich hab wohl einen Schlüssel War eine Waffe drin Schauen wir die auch mal mit Also ich bin sehr, sehr positiv von der Auge überrascht Sehr, sehr positiv Mal runterlassen Dann gehört die Siedlung jetzt sozusagen uns Ja, hab ich das richtig verstanden Wir haben die Hyäneres hier vertrieben Jetzt komm ich wieder raus Jetzt haben wir hier schon wieder Ärger Ärger im Gebälk Hier auch rein So So Sollen wir mal eben die Ausrüstung checken Was wir alles haben bekommen Haben schon eine Menge an Waffen bekommen Das ist doch ein MG hier Das könnte man rein theoretisch mit dem LMG tauschen Wobei Wobei, wartet mal Also Ich mach mal eben die 1 Wo hab ich die Waffe in der Hand Und ich könnte die LM Also hier die M Dings mal ausprobieren Ausrüsten Jetzt ausrüsten Oh, jetzt Mod Wird da alles drauf bauen können Das will ich nicht da drauf haben Nachladetempo Okay, dann testen wir mal das LMG Da seh' ich uns ja Beim LMG Ich werde erstmal hier ein bisschen aufräumen Nein, so Natürlich nicht, sondern so. Otsch, otsch, otsch. Wird Zeit für meine LMG. Bei diesem Kampf geht es nicht um die Rettung von Amerika. Schaut euch doch nur dieses Reichsrecht. Wie sollen denn da Patriote sein? Das lange ist vor sieben Monaten gestorben. Wo ist der scheiß Lautsprecher? Wir schalten den jetzt erstmal ab. Wir sind alle samt Tiere. Wir jagen einander und tun, was wir tun müssen, um zu überleben. Schwäche hat keinen Platz in dieser Stadt. Also werdet stark und kommt zum Clan. Bumm, Sperrfeuer. Jetzt schon? Vorgang angehalten. Bei diesem Kampf geht es nicht um die Rettung von der Rettung. Die Kontrolle erforderlich. Schaut euch doch nur dieses Scheiß statt an. Wie sollen denn da Patriotisch sein? Das Land ist vor sieben Monaten... Schauen wir mal schnell den Schlüssel. Schauen wir mal darüber nach, was ihr keine Zukunft wollt. Wir sind der Vorgang fortgesetzt. Das ist so ein Maschinengewehr. Das ist so. Das ist schon was tolles. Ach immer diese Kontrolle, Kontrolle. So, da schießt aber trotzdem noch was auf mich. Ich weiß nicht von wo, deswegen werden wir mal die Suchdrohnen einsetzen. Da oben ist er doch. Oh 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 oh! So, jetzt haben wir es aber, oder? Ja, sehr schön. Mal gucken, was hier jetzt schon wieder los ist. So, jetzt sind wir da wirklich? Ja, schön. Sich näher an Feinde erkannt. Das ist ein Feind. Das ist ein Feind. Achte auf Bewegung. Ach, top. Zugangsschlüssel entdeckt. Wieder ein Schlüssel entdeckt. Sehr gut. Läuft ja hier wie am Schnürchen. Gegner bewacht, ein Ort in der Nähe. Wir haben trotz allem immer noch nicht... Ähm... So mal. Das Vorrats-Dings aufgeräumt, ne? Hier muss noch einer sein, oder? Da... Sind wir nicht ganz so sicher. Alter, wir gehen auf jeden Fall da rein weiter looten. Wollte ich nicht. Wir sind hier drin noch nicht. Wir sind hier drin noch nicht done. Also mit dem Nachladen vertue ich mich immer gerade im Moment. Keine Ahnung warum. Gucken wir mal, was hier noch in der Nähe ist. Gucken wir mal, was hier noch in der Nähe ist. Gucken wir den Behälter noch schnell holen, würde ich sagen, ne? Ja... Zumindest in dieser Folge sollten wir das noch hinbekommen. Da vorne auch. Oh oh. Oh. Ich will die Suchdrohne mal weg haben, Mann. und gehe kaputt, dadurch ich gleich wieder ziehen kann. Oh, so eine Level-3-Drohne, die hält doch jetzt schon ziemlich lange an, ne? Bestimmt cooler Looten. Und durch... Ich hatte gedacht, hier wär cooler Looten. Da ist wieder so ein Typ hier da vorne. Wieso ist der jetzt einfach so umgefallen? Okay, warte mal. Die Belagerung, die werden wir so auf jeden Fall nicht wegbekommen. Dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss und machen denn... oder brechen dann die neue Folge an. Weil... wir kommen jetzt von einer Schießerei in die nächste. In diesem Sinne danke ich, dass ihr zugesehen habt. Bis dahin, tschüss. Tschau und bye-bye. Tschau und bye-bye.